Jojo, und willkommen hier zu der ersten Folge Snapchat... Snap... Ich hab keine Ahnung, wie ich das nennen soll. In diesem Video hab ich Zuschauer dazu aufgerufen, mir lustige Snaps zu schicken. Und ich hab mir gedacht, ich guck mir einfach mal ein paar davon an und ihr seht dann meine Reaktionen dazu. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch schon mit dem ersten Snap an, nämlich von... Wachenbach schon, ja. Der erste Snap, beziehungsweise der zweite Snap von Sherwin Snapped. Was zur Hölle? Was ist das für eine geile Toilette? Ihr habt eine Fernbedienung für eure Toilette und bei den ganzen anderen Knöpfen habt ihr dann noch so einen Knopf, wo ihr draufdrückt und wo so eine Blüse kommt, die dann... Ihr wisst schon, Bescheid, oder? Oder? So, der nächste Snap kommt von Lee Chrissy. Muss ich das jetzt, äh, verstehen, warum du das weggeworfen hast? Nein, oder? Und der nächste Snap von, äh, Juli Bam. Der Felix. Alles klar, ich bin raus. Alles klar. Alles klar. Yo, und der nächste Snap von Jenny Vanessa. Schauen wir mal, was sie uns erzählen will. F***ing Internet. Ich hab das Gefühl, es wird immer schlimmer heute. Naja, okay, ich würde sagen, der nächste Snap von Jasmin-KL. Ich weiß ja nicht, ob du's mitbekommen hast, aber ich hab in den Kommentaren gerade zwei Katzen hier, auf die ich aufpasse, die sehen so aus. Brudi. 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 Sag mir einfach, warum bist du traurig? Kommst du immer so ein bisschen traurig rüber? Und ja, ich bin ein ziemlicher Katzenmensch, aber ich bin auch offen für Hunde, also bitte kein Hunde- und Katzenkrieg hier in den Kommentaren. So, der nächste Snap von Luisa, hallo. Das ist ungefähr so, als würde ich die ganze Zeit so machen. Stehe ich irgendwie nicht. Der nächste Snap von Silisa wäre. Schöne Zähne. Also bei manchen Menschen verstehe ich einfach nicht, wie random man sein kann. Dann kommen andere Menschen und übertreffen einfach diese Randomness bei Längen. Nein, ich hab einfach dafür keine Worte mehr. Ja, man, a little day keeps the doctor away, würde ich mal sagen. Ja, du weißt Bescheid. Na ja, ja. Leute, das bringt nichts, wenn das halbe Bild grün ist und dann alles vorspult. Also, da versteht man gar nichts. Generell diese vorgespulten Snaps, ich verstehe es nicht. Irgendwie, man versteht nie was. Alles klar. Hey, du hast dich gerade selbst gedischt. Und damit es nicht so schlimm ist. Ich bin auch eine Ha... Ha... Ich bin... Oh, oh... Ah. What the fuck? Ah, alles klar, lieber. Ja, das ist cool. Dann geh schlafen. Alles klar. Ich will noch eins sagen, okay? Ich will das real. Okay, wenn du meinst. Ein Snap von Möhne. Ich bin gerade an der Straße und... Das ist cool, aber geht von den Gleisen weg. Seid ihr verrückt oder was? Der nächste Snap von Kimbo. Ich habe auch gerade geduscht. Und ich schneide heute noch dieses Video. Offensichtlich. Hättest du dir ja denken können, Möhne. Ein Snap von Xavier. Alles klar. Das war sehr inhaltsreich, lieber Xavier. Ich finde, ohne Filter hättest du mir auch Angst gemacht. Ohne Scheiß, dieser Snap-Filter ist mindestens genauso unnötig, wie diese Musik-Review-Kacke. Die Leute, die sich immer so dahin stellen, dann immer diese Videos machen. Ich verstehe nicht, seit wann das jemals cool gewesen ist. Danke. Ja. What the fuck? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay, Leute, das ist jetzt mal eindeutig genug. Ich bin raus. Ich bin raus. Also das ist mir jetzt zu viel. Nein. Tschüss. Nein. 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 Oh, ich muss ja noch das Video beenden. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das ist eine positive Bewertung da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann erst recht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Holla. 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 Holla.